heute habe ich hier ein altes tonbandgerät reel to reel von philips und schauen ob das noch irgendwie halt funktioniert oder zum funktionieren zu bringen ist es ist der typ el 3515 und das ding ist irgendwann so ende der 1950er anfang der 1960er jahre gebaut und das ist noch ein vollständiges röhrengerät hinter dieser klappe verbindet sich nicht nur das netzwerkkabel sondern auch anschlüsse und dann haben wir hier die üblichen bedienelemente lautstärke vorlauf rücklauf stop was interessant ist die röhre für die uv meter ist in der stopp taste drinnen gut werden wir das ding einmal anstecken natürlich über trendrafo und schauen ob das noch irgendwas macht der netzstecker ist irgendwann schon einmal getauscht worden weil damals ende 50er anfang 60er jahr hatte man noch keine netzstecker mit schutzkontakt der lautstärken regler ist gleichzeitig der ein ausschalter also schalten wir mal aus und geben saft drauf gut spannung passt und jetzt drehen wir auf und ok den motor höre ich er zieht weniger ampere als mein ampermeter ah ja hört ihr das ok das heißt es hört sich auf jeden fall so an es werden irgendwelche kondensatoren durch eventuell auch irgendwelche röhren das wärmer muss jetzt alles einmal anschauen und schaut das sind ganz merkwürdige schrauben aber es sieht so aus als könnte man die mit einem normalen flachschraubenzieher öffnen das heißt ich suche mal eine flachschraubenzieher dann werden wir das teil einmal komplett aufschrauben und das werde ich aber oft kein machen also mechanisch ist das so aufgebaut wie ziemlich alle bandmaschinen aus dieser zeit mit motor riemen der riemen dürfte schon einmal getauscht worden sein weil der ist nicht ölig normalerweise diese philips riemen lösen sich mit der zeit wieder zu rohöl auf also dürfte schon irgendwer mal was versucht haben zu reparieren allerdings nur den riemen getauscht und fürs zählwerk einen alten normalen gummiring naja schauen wir mal unten hinein und hier ist die unterseite trafo überträger hier ist die röhre für gleichrichter weil das tut noch ich weiß es die typen nicht auswendig aber das ist die gleichrichter röhre und was für die zeit schon sehr erstaunlich ist also philips dürfte wirklich ihrer zeit voraus gewesen sein diese firma das ganze ist schon auf einer pcb aufgebaut zu der zeit kenne ich eigentlich die röhrengeräte nur dass alles frei vertratet worden ist mit einer pcb gut ich komme nicht wirklich jetzt zu den ganzen messpunkten ich glaube ich wäre das chassis aus dem gehäuse rausnehmen ein kandidat bei störungen von ton ist mit sehr großer wahrscheinlichkeit dieser eingangsfilter kondensator und der in dem fall drei werte und zwar 50 nano das kann man mal lesen wartet der hat 50 müh 50 müh also einmal 50 müh und zweimal 32 müh werden wir das versuchen dann zu messen was das problem ist jetzt dreieck quadrat und kreis und dadurch dass die pcb darüber ist weiß ich jetzt nicht welcher anschluss was ist das ist ground das ist klar na gut ich 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 mess mal okay der hat keine nano farad mehr der hat nur noch pika farad das wird auch nicht mehr als elko erkannt das heißt den einmal auslöten so jetzt haben wir hier den elko das ist 32 plus 32 bis 50 messen wir den einmal aus also auf ground und dann nehmen wir mal die erste 32er das ist die hat damit trägt das ist die 50 32 32 so um einmal was der tester sagt 7990 nano farad aber die werte so schauen wir mal was die einmal 32 8550 nano farad die andere 32 sieht wahrscheinlich auch nicht besser aus 8512 nano farad also der kondensator ist eindeutig hinüber gut ich werde ich mal auf die suche machen ob ich da irgendwelche ersatzdinger finden weil die müssen 350 volt aushalten aber ich denke mal so 400 volt welche in den werten der irgendwo noch finden ich habe jetzt diesen umgebauten elko einmal hinein gegeben und der kann jetzt noch dafür verlötet und die kontakte wieder angelötet das mache ich aber oft kein weil mein löt skill ist nicht so gut dass ich das über den kleinen kontrollmonitor von der kamera schafft gut wir sehen uns gleich wenn ich das da verlötet habe so ich habe das ganze jetzt wieder eingelötet und jetzt werden wir mal testen was ich jetzt tut schalten wir das dinge mal ein leiserste lautstärke und jetzt gebe ich am trendraffer mal saft jup diese ganzen geräusche sind weg ich suche ich mal ein band was ich da hinein legen kann was vom vom spul durchmesser passt und hören uns mal an ob da ein ton rauskommt also ohne gehäuse kriege ich die spulen noch drauf ich habe leider keine andere auffangspule da trendraffer an bandmaschine an und soweit ich mich entsinnen kann ist eins von den beiden die play passt nein das ist vorlauf dann ist das play und wir hören könnt man hört nichts habe interessant die röhre scheint zu funktionieren das heißt weiter fehler suche